Ich hab kein Money mehr. Annick! Was hab ich denn gemacht? Oh, Annick! Oh, Annick! Oh, Annick! Ja, Bruder, weil es viel Ballern ist, ne? Du bist mehr so der kreative Kopf, der... Growth jetzt bei euch drin, ne? Growth? Ja, ja. Wie meinst du? Growth zu euch. Wird gut, wenn du einfach vorbeibringen würdest, ja? Bomi, ne Mafia. Dein Heli hat uns angeschossen, deswegen haben wir zurückgeschossen, also... Alles cool, alles cool, Bro. Kann sein, dass hier... Sind das hier Leute von uns? Ja, ja, das war wahrscheinlich auch so. Ich steh wieder. Ich hab halt zurückgeschossen, ne, deswegen... Ja, ja, sorry, sorry, Jungs. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir sehen. Dann, bis gleich, ja? Ciao, ciao. Wer schießt? Hallo, wer schießt? Eddie, die Raiders, wir werden Raiders! Von Grove, von Grove, von Grove! Von wem? Ja, wir warten wieder ein Lager an euch. Grof schießt, Jungs! Geht den Boxen, geht den Boxen, geht den Boxen! Geht den Boxen, geht den Boxen! Von rechts, von rechts! Jungs! Wie macht ihr den Boxen? Guck mal nach hinten ... Guck mal! Warte! 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 Schlag den Bruder, mach den Hände hoch, ey. Fick den jetzt, fick den jetzt, fick den jetzt. Der Hood dürfte ja auch schießen, ne? Boah, noch 5 in der Mitte. Mach weiter so, mach weiter so. Noch 5 Jungs, noch 5, noch 5, noch 5, noch 5. Noch 5 Jungs, noch 5, noch 5. Eine Minus, Minus. Zabbein, zabbein. Abbein, abbein, abbein. Ich tick den mit Wolzl. Ey Jungs, bei Lager ist noch einer, bei Lager ist noch einer, bei Lager. Jungs, bei 3, bei 3 Jungs. Komm Jungs, die muss tick den. Boxt ihn tot, Boxt ihn tot. Boxt ihn alle. Ich hab kein Muni mehr. Ah ne. Was hab ich hier gemacht? Die Diegen weiter nicht. Oh mein. Lille Matthias. Oh mein. Ja Jungs. Lille Matthias. Wollah. 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 Alle Diegen, Bruder. Ah ne, 8 Tal, Bruder. Was hab ich mit denen gemacht, Bruder? Wir haben Diegen nicht. Was hab ich mit denen gemacht? Ich hab 4 Leute oder so geholt. Bruder, was hab ich gemacht mit denen? Ich hab die hier. Ich hab noch nicht die Ausbildung. Ich hab noch nicht die Ausbildung. Ich hab die hier. Bruder, was hab ich mit denen gemacht, Bruder? Ich hab dritte Sicht gespielt, damit ich mehr sehen kann, Bruder. Ich spiel normalerweise immer zweite Sicht. Ich hab... Ja, ja, ja. Hä? Aber was war jetzt deren Ziel? Zweite Sicht. Ja, ja. Ich spiel immer zweite Sicht, Jungs. Ihr wisst doch, Bruder. Ich weiß aber nicht wer wer. Der hier auch? Ja, ja. Ich muss noch Ausbildungsquiz machen. Ey Mafia, bist du da? Von Gallo? Ja, ja, Bro. Ich hab viele Leute oder so geholt. Ja, ja. Ich hab gekauft für 80.000. Soll ich Foto machen oder vertraust du mir das? Ja, ja, gar nicht. Ja, ja. Ich hab viele Leute oder so geholt. Ja, lagert doch einfach ein, Bruder. Was bist du für ein Sammel, Bro? Ja, ja. Ich hab das hier. Äh, die meinten, nächstes Mal würdest du 800 sein. Hab eingelagert. Wie? Nächstes Mal nur 800? Die meinten, nächstes Mal würdest du, apropos, nur 800 sein, so. Ah, 800? Okay, wir sehen. Ja, ja. Das sind jetzt 1.000 halt. Ja, zu essen. Ich verhungert. Vielleicht kann einer mit 1.000 sein. Nach der Hand fließen gesagt, ne? Hier rüber. Ach nie, Bruder. Was war deren Ziel jetzt, Digga? Hä? Ja. Ey, Bruder, wenn du wüsstest, was ich mit denen gemacht hab ... Ey, Bruder, wenn du wüsstest, was ich mit denen gemacht hab ...